happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele heute mal wieder mech arena heute ist mittwoch und ich habe hier eine quest mit einer fragmentgang ich habe hier die fragmentgang 8 leider nicht gerüstet deswegen werde ich jetzt noch mal schnell ein neues einen neuen hangas zusammenstellen bis gleich ok dann starten wir mal mit meinen hangas zusammenzustellen also ich mache das ja immer so ich probiere erstmal meine schlechteste mechs die erfolge zu schaffen also von meinem schlechtesten mechs die erfolge zu schaffen das ist da gehe ich normalerweise hier immer auf erfolge und das wäre bei mir paragon dann lancia dann jungnut und dann slim shut damit ich auch eine kleine chancen habe wenn ich gegen andere leute spiele nehme ich mir in einer meiner besten in grad habe ich hemlock drin gehabt mal schauen wenn ich mir gleich nehme schauen wir fangen mal an mit dem paragon ich mache mal nach der liste wie gesagt paragon dann lancia lancia dann war jungnut und dann slim shot jetzt habe ich alles aus ein helfer ich schaue mal kurz nach was für helfer ich eigentlich habe ich habe an helfer den cipir und den hemlock dann nehme ich mir den cipir diesmal mit hemlock hatte ich letzt mal nehmen wir uns den cipir mit dazu cipir wo bist du ach da ist er ok so an erfolgen weiß ich ihnen hier fehlt nur noch ein einziger erfolg erfolg slim shot also ein erfolg mit dem waffen und dass er jetzt dieser erfolg mit waffe an sturm deswegen werde ich mit ihnen jetzt an sturm waffen ausrüsten und da ist meine beste eigentlich die hier die fusionskennen und dazu kriegt dann noch mal die plasma kanon noch mal kurz gucken an sturm die wäre natürlich noch besser aber die höre ich nicht die kostet noch 200 2825 arcoins ich finde die machen hier nicht allzu viel schaden aber egal wir haben jetzt erstmal ausgerüstet kriegt dann noch einen piloten wird er vorgeschlagen nehmen wir ihn auch gleich zack schau mal kurz hier was für erfolge wo habe ich ihn er noch braucht er braucht auf jeden fall die shotgun ist gut weil fragment kann ist gut weil fragment kann habe ich eine quest von Jumnat braucht strahl oder ansturm ansturm habe ich schon vergeben also gebe ich ihn strahl Lanzer kriegt von mir Zielsucht Rakete und Paragon Artillerie ist fast fertig gut dann haben wir ja alles er kriegt die Artillerie ok mal wieder ausrüsten zack er kriegt strahl strahl er hat 12 am besten wäre natürlich 6,6 da habe ich nur Thermalstrahl also kriegt er 8er und einen 2er gut hat er den auch was habe ich da drin genau die beiden die ich auch drin habe passt super ihn würde ich geben Zielsuch Zielsuch Zielsuchende Waffe mit 8 oh die habe ich noch nicht gespielt nimm mal nimm mal die mal Helix vergibt ok ah ne komm wir nimm die wir nimm doch die brauche ich ihn nicht mehr umrüsten der hat hier schon die die Discluncher drin supi und er kriegt die Fragment Gun dann Nahkampf Fragment Gun 8 brauche ich 8 und 4er und die Schottkrank. Ja, für die Quester brauche ich ja die 8er, sonst wäre 2,6er Fragment ganz auch cool. Gut. Dann haben wir schon mal alles ausgerüstet und dann werde ich mal sagen, das ist gleich in der Runde. Okay. Ach, FFA ist das auch noch. Ja, dann gut, dass ich den hier genommen habe. Oh. Ach, übrigens, letztes zwei Tage war ich nicht online gewesen, äh, ich war kurz online gewesen, aber ich habe kein Video aufgenommen, weil, weil wir noch Besuch zu Hause hatten und nicht wirklich richtig Zeit hatten und nicht wirklich richtig Zeit hatte, irgendwie was aufzunehmen. Kurz gespielt hatte ich ja am Montag war es, glaube ich, weil das war auch nur ganz kurz. Schnell wieder verstecken. Schnell wieder verstecken. Schnell wieder verstecken. Dann. Schnell wieder verstecken. Bleib doch stehen. Ja, ja. gut das war die erste runde erster platz schön dadurch habe ich auch meine eine quest mit den zwei gold medaillen dann spiele ich noch eine runde hinterher und dann würde ich sagen das war es noch schon alles voll bis gleich noch mal die den ganz anschauen 577 ja dann bis gleich okay die nächste runde geht los wir starten jetzt mit den linken der wird denke ich auch gleich sterben komm doch nicht hierher ach mensch 8 k 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 ok der nächste hier unten steht es doof zack 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 jawohl ich kriege ich kriege oh nie nie Oh, 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 oh. 9, okay, ich bin mit den Gewinnern dabei. Ach, genauso viel wie der erste. Einer hat noch gefehlt. Egal, passt, passt, passt. Mit allen einmal gespielt. Gut, das freut mich. Eine Goldmedaille gekriegt. Warum? Da hat doch genauso viel Kitz wie ich. Egal. Also wir beide haben wahrscheinlich eine Goldmedaille gekonnt. Gut, dann würde ich mal sagen, Dankeschön für den Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020